Jolant Schuh und willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis. Heute möchte ich über eine weitere Neuerung in diesem Spiel reden. Es gibt nämlich eine neue Überholung, die mit der neuen Storyline gekommen ist. Aber bevor ich über diese Überholung rede, möchte ich noch einmal kurz darauf hinweisen, dass wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, aber schon meine Videos magst, dann abonniere doch bitte den Kanal und wenn du das tust, klick auch die kleine Glocke und alle Benachrichtigungen, damit du erfährst, wenn ein neues Video rauskommt. Aber jetzt gehen wir erstmal auf meine Basis und dann kann ich mir aussuchen Waffenkammer, Schiffshanger, Waffenkammer, Schiffshanger, nehmen wir mal einen Schiffshanger und da haben wir tonnenweise Überholung und wenn wir uns zu den epischen mal ein bisschen durchscrollen, kommt dann auch die Enterprise NX-01-PK-Überholung. Warum das Ding zur Hölle PK-Überholung heißt? Ich habe keine Ahnung. Aber möglicherweise wollten die eine Verbindung haben, dass sie nicht nur PKU ganz alleine da steht, weil sie den mitten im Enterprise Teil mit eingeführt haben. Eine andere Idee fällt mir da nicht ein, warum die das Ding PK-Überholung genannt haben. Aber nichtsdestotrotz heißt es so und es ist eine Überholung für die NX-01, denn wie bei allen Überholungen kann, also Überholungen für Schiffskins, nennt man die auf Englisch, die können immer nur bei einer bestimmten Schiffsklasse eingesetzt werden. Bei den Projektilen ist das anders, bei den Skins, also diesen Überholungen, das geht nur bei einer Klasse und in diesem Fall nur bei der Enterprise NX-01. Und das geht auch immer nur, wenn das Schiff bei dir im Dock ist. Das Gute ist aber, dass es ein permanenter Buff ist. Das heißt einmal freigeschaltet, sind diese Boni aus den Schiffsüberholungen immer aktiv, egal, einer aus meiner Allianz sagt immer so schön, ob man sich den Mantel anzieht oder nicht. Das ist wurscht, weil den Bonus hast du trotzdem. Und das gilt auch für die Enterprise NX-01 PK-Überholung. Man braucht 120 Teile. Wo man die herbekommt, darüber reden wir gleich. Aber erstmal müssen wir kurz auf den Bonus eingehen. Der ist interessanterweise wie bei der Holodeck-Erweiterung hier auf Deutsch sehr viel übersichtlicher gestaltet als in der englischen Version. In der englischen Version steht hier nämlich viel mehr Text. Aber das Wichtige ist, er erhöht die Impulsgeschwindigkeit der Enterprise NX-01 um 30 und er schaltet einen Bonus-Belohnungsanspruch in der Enterprise NX-01 Raffinerie frei. Das heißt, es verstärkt einmal Umtauschgeschichten, aber du bekommst dort auch Paarstahl, Tritanium und Dilithium, was hier nicht steht. Und alle ab Level 61 plus bekommen da auch diese Sigma-Version von Paarstahl, Tritanium und Dilithium. Das wird in der englischen Version hier etwas länger erklärt. Da steht leider nichts davon hier, aber das ist eben das, was da in der englischen Version steht. Und das bekommst du dann in der Raffinerie. Und in der Raffinerie, wo du dann eben neben dem Impulsantrieb, ich liebe Impulsboni übrigens, also gerade auch was die Wellenverteidigung angeht, da geht nichts über schnellen Impulsantrieb. Aber in der Raffinerie, wo du dann diese Boni bekommst, außer dem Impulsantrieb, gibt es eben auch den einzigen Platz im Moment, wo man diese Überholungsteile bekommt. Und wie gesagt, man braucht 120 und du kannst hier epische Export-Credits gegen Überholungsteile eintauschen. Ein Container für 30, zwei Container für 70 oder drei Container für 150. Das heißt, im besten Fall, wenn du immer genug epische Credits hast, kannst du innerhalb von 40 Tagen dir diese Teile zusammenholen. Und das ist noch ganz okay, wenn ich daran denke, wie lange ich in der Amalgam-Raffinerie immer brauche für bestimmte Überholung, weil ich da auch beim Umtausch bei der Amalgam-Rekrutierung stelle, da mit Worf immer riesen Pech habe, was die Menge an dieser Umtausch-Tokens da angeht. Da ist das schon, 40 Tage ist okay. Also bei dem Spiel braucht man ja so viel Geduld und wenn man jetzt nicht Zehntausende an Euros ausgibt für Einkäufe im Shop, das kann halt nicht jeder, ich auch nicht. Für mich war das dieser Monat schon teuer genug mit der NX-01 und dem Kampfpass. Aber da sind 40 Tage wirklich okay. 40 Tage Geduld kann man machen, wenn man das mit den Export-Credits zusammenbekommt. Und die kann man halt kriegen, wenn man wiederum regelmäßig sind, die Reptilianer und Aquarianer jagt. Das ist halt ein Teufelskreis der Arbeit, die man wieder reinstecken muss. Aber so kann man innerhalb von 40 Tagen sich diese Überholung holen. Und wenn ich überlege, wie lange mancher Bau auf meiner Station jetzt dauert oder manche Forschung dauert, da sind 40 Tage ja gar nichts. Nur leider kann man das hier nicht beschleunigen mit Speed-Ups, aber trotzdem ist es machbar. Und deswegen werde ich die hoffentlich in so, sagen wir mal gut 40 Tagen auch haben und mir dann ein bisschen mehr Impuls-Speed für die NX-01 holen. Ein paar Stahl, Tritanium und Dilithium kann man auch nie genug haben. Auch wenn man schon Billionen von manchen hat, so wie ich. Aber auch das Zeug geht aber auch genauso schnell weg. Und ich werde bei den nächsten Mud-Events mal schauen, dass ich meine Station ein bisschen weiter upgrade und dann werden wir sehen, wie nah ich dran komme, doch mal zu 50 zu gehen. Und gerade dann werde ich richtig viel Zeug brauchen. Selbst jetzt schon, weil ich viele Gebäude noch upgraden muss auf 49, um überhaupt zu 50 gehen zu können. Das kostet alles viel und deswegen jede Hilfe bei Paar, Stahl, Tritanium und Dilithium ist eine gute Sache. Ich möchte natürlich auch wie immer deine Meinung hören, nachdem du jetzt gehört hast, welche Boni das Ding bringt. Was hältst du davon? Was hältst du von dem Weg, wie man es bekommen kann? Es ist natürlich eine Überholung, die genau wie das Schiff dann eben nur Spieler bekommen können, die Level 40 plus sind. Und das finden einige als ungerecht. Ich weiß, ich habe auch einige schon gesehen, die natürlich meckern, weil die noch auf dem Server sind, der ja noch die Sperre hat. Man kann von 39 noch nicht auf 40 gehen. Das ist ja bei neuen Servern immer erst so, das machen die damit nicht von Anfang an einer sich dann so viel Geld investiert und dann, während die anderen noch auf Level 20 sind, er auf Level 70 da rumgondelt. Er kann dann keinen angreifen, aber trotzdem, dass das demotiviert alle anderen. Und deswegen sind ja diese Zwischensperren da drin. Und gerade bei etwas, das nur ab Level 40 funktioniert, kann ich den Frust da verstehen von den Leuten auf den Servern. Aber auf meinem Server sind wir dran vorbei. Deswegen habe ich auch schon einige NX-01 gesehen. Ich bin nicht der Einzige, der für Videos, also doch, ich bin der Einzige, der sie für Videos gekauft hat auf meinem Server, aber bin ich der Einzige, der sie gekauft hat. Manche hatten nur einen anderen Grund als ich. Aber nichtsdestotrotz, du hast das Video hoffentlich gesehen zu NX-01. Es gab ja mein Vorschau-Video, die kommt heute. Und dann gab es ja ein Video zu NX-01, wo ich dann wirklich, wo ich das Schiff hatte, wo ich dann auch gezeigt habe, wie das mit den Aquarianern in diesem Tokenspace funktioniert und so weiter. Wenn du das Video noch nicht gesehen hast, das ist in meiner Schiffs-Playlist. Und ansonsten, auch wenn du Fragen hast oder Video-Wünsche, schreib bitte einen Kommentar unter das Video. Und auch wenn du nur Hallo sagen willst, aus welcher Stadt du kommst, das freut mich immer zu wissen, aus welcher Gegend meine aktiven Zuschauer kommen. Das ist einfach ein bisschen persönlicher. Und wenn du jetzt noch ein weiteres Video sehen willst, das nächste ist hier im Endscreen. Ich sehe dich dann da. I'll be back.